Was hast du für dich da zu auflegen in deiner Rolle? Einfach, dass es für mich in jeder Hinsicht irgendwie was Neues bedeutet. Ich durfte experimentell an diesen Charakter, den ich ausprobiere. Das war großartig. Ja, gute Rolle. Es gibt es ja extrem drogenabhängig. Wie war das jetzt im Vergleich zu zu auf Erden? Im Vergleich zu zu auf Erden? Ja, das ist ja schon nochmal eine andere Nummer. Und ja, der ist ja schon extrem, ein extremes Drogenopfer der Biene. Das ist schon nochmal anders als im Tor auf Erden. Und hat sich irgendwie... Ja, aber auch das bietet einem wieder den Raum, Spiel, Spiel, Spielraum. Irgendwie alles mögliche ausprobieren. Und was spielst du lieber, physisch oder psychisch? Das kann ich nicht sagen. Das vermischt sich. Also alles, was aus der Psyche entsteht, das wirkt sich dann ja auch körperlich aus und so. Also das vermischt sich ja. Du hast ja erzählt, dass die Patrus alle Geschichten haben. Hatte deine Frisur mit den Pferden auch in Geschichten? Eine Frisur mit den Pferden? Ne, das war eine Narbe. Und hier eine Narbe. Und da hat dann mal eine Flasche überbekommen oder so. Das war der Gedanke. Okay.